Hallo und herzlich willkommen zurück zum Star Wars Canon. Heute geht es um das Audiodrama Doku Jedi Lost. Das ist ein konzipiertes Hörspiel. Es gibt das Ding auch als Skriptversion zu lesen. Also da kannst du das bestellen und dann kannst du das quasi runterlesen wie so ein Stück. Aber nee, ich will eigentlich, wenn ich den Star Wars Canon schon durchgehe, die Dinge auch so konsumieren, wie sie im Vornherein geplant wurden. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Buchadaption der Filme. Es gibt ja auch die Comicadaption von Büchern. Zum Beispiel das erste neue Throne-Book von Timothy Zahn wurde ja auch als Comic adaptiert. Aber ich denke mir, nein, ich will die Dinge wirklich mir so zu Gemüte führen, wie sie von Anfang an geplant waren. Deswegen kann ich hier nichts hochhalten und habe mir einfach nur das Audiodrama Doku Jedi Lost angehört über Amazon Audible. Habe da gleich mal diesen Probemonat ausprobiert. Das Ding ist zurzeit, glaube ich, auch nur auf Englisch verfügbar. Also das könnte so eine kleine Hürde sein vielleicht. Worum geht es jetzt in diesem Audiodrama? Das Audiodrama setzt eigentlich genau da an, wo Asajj Ventress von Count Dooku rekrutiert wird und sie anfängt, seine Schülerin zu werden. Und im Zuge dessen geht sie quasi seine Vergangenheit durch anhand von seinen Erzählungen, anhand von Holocron-Aufzeichnungen. Und im Endeffekt wird dann die Geschichte von Count Dooku in Flashbacks erzählt. Das ist eigentlich die ganze Story von Doku Jedi Lost. Dann bekommen wir noch ein bisschen Backstory zu Asajj Ventress. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das Ding war ziemlich großartig, ehrlich gesagt. Vor allem, weil sich hier zwei Figuren vorgenommen werden mit Count Dooku und Asajj Ventress, die ich jetzt nie so wirklich super interessant fand. Ja, Asajj Ventress später auf jeden Fall in The Clone Wars, dann so irgendwie ab der dritten Staffel oder so, wird sie deutlich mehr ausgebaut. Aber da reden wir halt dann drüber. Count Dooku fand ich ehrlich gesagt immer super lame. Ich fand, das war eine der langweiligsten, uninteressantesten und unangsteinflößendsten, wenn es das Wort überhaupt gibt. Star Wars Figuren überhaupt. Und bis auf Christopher Lee, weiß ich nicht, konnte ich mit der Figur immer nicht viel anfangen. Das wurde mit diesem Ding jetzt komplett auf den Kopf gestellt. Denn wie Dokus Backstory beleuchtet wird, ist doch ziemlich, ziemlich geil. Und Count Dooku wird zu einer sehr tragischen, vielschichtigen Figur gemacht in diesem Audiodrama. Als Dooku nämlich ein Jüngling ist und die eines Tages zu seinem Heimatplaneten Serenno zurückkehren, spürt er sofort, dass irgendwas da ist, woran er sich erinnert. Und dann trifft er seine Schwester wieder, er trifft seine Familie wieder. Und dann wird dieses ganze Thema aufgerollt, dass er eigentlich aus einer sehr großen Adelsfamilie kommt, eigentlich aus der Herrschaftsfamilie des ganzen Planeten, weswegen er halt auch Count, also Graf Dooku ist, weil er zum Schluss diese Position wie quasi weiterführt. Er lernt aber auch, dass er von seiner Familie halt damals verstoßen wurde, weil er anders ist, weil er halt diese Machtfähigkeiten besitzt. Und dann hat er auch kein gutes Verhältnis zu seinem Bruder, hat jedoch eine innige Beziehung zu seiner Schwester, die er aufbaut. Und die ist der rote Faden auch durch die ganze Geschichte durch. Man sieht, wie sich die Beziehung zu seiner Schwester hier verändert. Und dann, wie sie tragischerweise auch zu Ende geht. Und diese erste Hälfte von Dooku Jedi Lost, die fand ich eigentlich am coolsten, weil man hier wirklich sieht, wie so ein Jedi-Training eigentlich nun wirklich aussieht. Und man sieht seine Beziehung zu Meister Yoda. Und Doku ist natürlich auch, so wie jeder Padawan am Anfang, total hitzköpfig. Und Yoda ist natürlich total laid back, könnte man sagen. Das fand ich ganz cool. Und sein bester Freund bekommt hier auch eine Menge Screentime, wenn man das so nennen kann. Und zwar ist das Meister Saifo Dias, der ja anscheinend die Klonarmee in Auftrag gegeben hat in Episode 2, der ja dann auch nochmal in The Clone Wars wieder auftaucht. Aber das fand ich wirklich cool, da ein bisschen Einblick zu bekommen, wer Saifo Dias auch jetzt einfach ist. Und dieses Band, was die beide knüpfen, man spürt das einfach wirklich in diesem Audiodrama, dass die richtig beste Freunde sind. Und natürlich lernt man dann hier auch sehr schnell kennen, warum Dooku überhaupt zur dunklen Seite der Macht gewechselt ist, weil er einfach schon in sehr, sehr frühen Jahren Berührungspunkte mit der dunklen Seite hatte. Und auch die ganzen Prophezeiungen und Visionen, das kommt hier alles ins Spiel, sowohl bei Saifo Dias als auch bei Dooku. Und an der Stelle muss ich jetzt auch sagen, hatte ich das erste Mal, als ich jetzt chronologisch diesen Canon durchgegangen bin, also einen richtigen Aha-Effekt. Und zwar ist Doku Jedi Lost eigentlich ein super Gegenstück zu Meister und Schüler. Weil in Meister und Schüler haben wir ja auch recht viele Flashbacks von Qui-Gon Jinn mit Count Dooku, damals deren Meister-Schüler-Beziehung. Und diese Beziehung wird jetzt hier in Doku Jedi Lost, in diesen Flashbacks natürlich noch viel, viel weiter ausgebaut. Und nicht nur die Beziehung von Dooku zu Qui-Gon, sondern auch die Beziehung von Dooku zu Rael Averoth, der sein erster Padawan damals war, der dann diese Tragödie mit seinem Padawan hatte und dann nach Pijal gegangen ist. Diese beiden Geschichten, die verzahnen sich hier so unglaublich gut, dass ich schon sagen würde, eigentlich gehören die beiden Dinge zusammen und stellen einen Zweiteiler dar. Und auch wie ich es schon in dem Video vorher bei Mace Windu Jedi of the Republic erwähnt habe, geht es dann natürlich auch hier in diesem Audiodrama ganz stark darum, dass die Jedi irgendwie ihren wirklichen Weg verloren haben und dass Dooku sich genau deswegen dann zum Schluss von dem Jedi-Orden abwendet und dann schließlich zu dem Count Dooku wird, den man kennt. Und jetzt würde ich sagen, Count Dooku ist vielleicht sogar eine der am besten ausgebauten Antagonistenfiguren zumindest in der Prequel-Zeit. Eine wirklich tief, tragische, traurige, verbitterte Figur und auch Asajj Ventress, auch wenn die deutlich weniger Screentime bekommt, als Dooku bekommt eine Backstory, die richtig, richtig schlimm ist. Und vor allem diese ersten zwei, drei Szenen, da wird beschrieben, wie Dooku sie gefangen hält und foltert und sie sich ihm so richtig unterwerfen muss und das ist richtig, richtig böse. Nun war das ja das erste Mal, dass ich mir so ein wirkliches Audiodrama angehört habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es auf Englisch ist, ist manchmal schon ein Problem gewesen für mich. Also mein Englisch ist zwar wirklich gut, würde ich sagen, aber hier war es an einigen Stellen doch ein bisschen schwierig, zumal man kann ja jetzt bei so einem Audiodrama nicht einfach so leicht zurückgehen zu dem Punkt, den man nicht verstanden hat und Sachen nachschlagen und so. Da wäre es vielleicht dann doch einfacher gewesen, das Skript zu lesen. Aber ich muss sagen, an sich, wie das produziert ist, ist wirklich mega mit den ganzen Soundeffekten, die hier drin sind. Teilweise ist auch die Musik von John Williams drin und die Voice-Actor sind wirklich, wirklich großartig. Vor allem die Voice-Actor von Asajah Ventress, Yoda und Qui-Gon Jinn. Die haben mir richtig, richtig gut gefallen. Wenn es viele Figuren sind in einer Szene, wenn es irgendwie vier, fünf Figuren sind, ist es manchmal ein bisschen schwer, alle auseinander zu halten. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Aber ansonsten muss ich sagen, ich fand, das war ein super Audiodrama. Das hatte wirklich Tiefgang, das war zutiefst tragisch auch. Das war spannend, hatte ein paar coole Action-Szenen drin. Und ja, war eigentlich geil. Also genau das, was ich mir eigentlich gewünscht habe von so einer Count Dooku Backstory und kann es wirklich, wirklich empfehlen. Und wie gesagt, im Zuge dessen, gebt euch dann auch noch Meister und Schüler, weil die beiden Dinge gehen wirklich so gut aufeinander ein. Das ist wirklich famos, was hier die Star Wars Story Group auch gemacht hat. So denn, das waren meine Gedanken zum Audiodrama Dooku Jedi Lost. Das nächste Mal reden wir über den The Clone Wars Film. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.